Hallo zu Ende des Volkes da aus die Old Republic mit Schrammtraum Lentro. Kannst du bitte aufhören, mir in die Begrüßung zu reden? Deine Begrüßung? Ja, ja klar. Deine Begrüßung ist mir egal. So, viel Spaß Schredi, ne? Achso, jetzt muss ich hier echt ein Rezept machen, ja? Ja, ja. Ich weiß nur nicht mehr, wie es ging. Ich habe auch selber keinen Plan mehr davon, wie es ging. Du musstest irgendwie... Da draufklicken, glaube ich. Muss ich jetzt nach den Zeichen gucken, oder was? Ich glaube so. Achso, der zeigt mir doch noch an, was ich machen muss. Ne, der zeigt dir nicht an, was du machen musst. Wieso zeigst du dir an, was du machen musst? Ne, mit den Scheitern sind diese kleine Bilder. Und ich denke mal, da muss man draufklicken. Ja, genau. Aber ist das so einfach? Sicher? Finden wir es heraus? Weil das Bild hier hinten, das habe ich ja gar nicht. Ne, ich auch nicht. Dann mache ich das einfach mal aus. Geht gar nicht. Ne, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Passend mal. Ohne erforderlich. So, das ist irgendein Scheißding. Hier und das hier. So, aber was mache ich denn hier für nur? Da fehlt es. Da muss ich probieren. Ja, alles nichts. Hä? Man kann aber auch ganz viele Runen anmachen. Kann es an jeder eine. Also, ich hätte jetzt ja gedacht, wenn ich hier dieses Bild habe, mit drei Dingen. Hm, also da ist ein Bild. Von einer Rune. Die ist mir vorgegeben. Geh mal weg, Salek. Das habe ich hier auch benutzt. Ja, das ist ja, die ist ja, die ist ja an. Muss ich irgendwas drücken? Oh. Ah, okay. Du musst die Rune und dann musst du nochmal auf den Kristall klicken. Ah, lol. Wurde korrekt eingestellt, wurde korrekt eingestellt. So, aber was ist denn hier? Hier weiß ich halt nicht. Hier ist ja, hier ist ja lame. Aber warte mal. Ich habe drei verschiedene Runen. Die habe ich benutzt. Die habe ich benutzt. Dann kann das ja eigentlich nur die dritte sein, die wir nicht benutzt haben, oder? Oh. Also diese hier. Ich empfehle dir nicht, in diesen Stromschlag zu gehen. Na, hatte ich nicht vor. Ah, siehste. Ich habe es. Ja, ich habe es zuerst. Ihr seid nah. Ja, weil ich dir verraten habe. Wie? Ihr seid nah. Beeilt euch. So, wo müssen wir jetzt hin? Wieder raus. Nimmt Talos Trennic mit. Nein. Die Aktivität der dritten Verriegelungsmechanismus. Okay. Ist natürlich komplett woanders, oder? Ist so. Äh, ja. Komplett raus, ne? Einmal hier rum. Das ist Rätsel, Junge. Meine Güte. Alter. Jetzt wird es aber richtig rätselig hier. Packen die uns hier noch ein Rätsel drin. Guck mal, wer ist das hier? Sere Maka und Darth Grand Imperus. Ja, okay. Coole Namen. Genauso wie der Typ Darth Imperator. Ja, irgendwann habe ich ihn mal reingesetzt. Oh, ganz großer Held. Infernalize. Der Schlitzer. Schlitz, schlitz. Nein, 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 nein. Shit. Jetzt muss ich auch noch kämpfen. Ja, das ist hier nicht so. Du nicht. Jeder andere, aber du nicht. Ich kann auch einfach an ihm vorbeilaufen. Easy. So, weiter geht's. Erstehen. Juhu. Oh, ist ein Gegner? Hm. Oh, da ist der Dritte und Letzte. Und dann, dann treffen wir endlich Revan. Seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich. Geht's in die Kat... Es ist soweit. Ihr seid endlich da. Revan. Aber... Ihr seid am Leben. Ihr führt die Revaniter an? Das Monster im Inneren dieses Tempels ist nicht Revan. Es ist eine Abscheulichkeit. Seine Besessenheit. Seine Arroganz. Sein wütender Kreuzzug. All das hat ihn für die Wahrheit blind gemacht. Die vielen Leben, die er opfern will, um den Imperator zu erwecken, sind nichts im Vergleich zu dem, was folgen wird. Es liegt in eurer Macht, diese Abscheulichkeit zu stoppen. Aber ihr könnt es nicht alleine schaffen. Möge die Macht mit euch sein. Der Jedi und ich, wir haben es beide gespürt. Eine Erschütterung der Macht. Ihr hattet ein Besucher. Eine Manifestation. Es war Revan. Aber nicht der Revan, hinter dem wir die ganze Zeit über her waren. Wir hatten so eine Ahnung. Aber letztendlich spielt es keine Rolle, wer das im Inneren des Tempels ist. Wichtig ist, dass er aufgehalten wird. Revan will, dass ich den Sieger ringe. Aber er behauptet, ich könne es nicht alleine schaffen. Die Revaniter sind wahrscheinlich der ärgtesten Gegner, mit denen wir es jemals zu tun hatten. Und diese vorübergehende Allianz mit der Republik ist alles andere als gefestigt. Aber wir müssen unsere Kräfte sammeln. Und wir müssen standhaft bleiben. Das Schicksal des Imperiums und der ganzen Galaxis hängt davon ab. Ich habe doch gesagt, wir sehen Revan. Ja, ja. Aber den, aber den... Den netten Revan. Den lispenden Revan. Du lispelst, Junge. Doch so ein bisschen. So ein bisschen hat der junge Mann aber gelispert. Es ist ja jetzt nicht Schlimmes, aber es fällt mir auf. Richtig. Wo müssen wir hin? Wieder zu dem Konferenztisch. Ich glaube, das wird heute eine Folge mit Überlänge. Nein, glaube ich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Folge mit Überlänge wird. Weil du kannst die Folge jetzt nicht beenden. Ja, jetzt beende ich sie auch noch nicht. Hat ja gerade erst angefangen. Ja, wollte ich gerade sagen. Und wir gehen jetzt in den Raid. Da ist nämlich das Finale, Junge. In den Raid. Dann müssen wir die 15 Minuten durchballern. Ja, okay. Gar kein Problem. Ach so, ich muss mal. Ja, sorry. Nein. Nein. Also, ich muss mich wieder hier. Ich werde da sein. Na, ich glaube, ich kann, ich bah nicht mehr. Ich wäre ja sehr sicher. Ich bin 8 Minuten. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ich werde da sein. ich hab jetzt eins der spieler gewählt war richtig so jetzt festsuchen hier draußen es gibt hier so ein paar weil wir jetzt sechs quests für die koalitions truppen abschließen müssen lord cantale general straden meister zu nur und kommander in kari töten müssen lord commander lasst uns hier mal fest annehmen hier oben ist eine irgendwo ja lord lord ryan ich weiß gar nicht ob es mehr als sechs gibt alles tägliche quests ja genau das ist so daily quest immer noch muss es waren erst ach so ich glaube wir finden unterwegs welche warte mal wo müssen wir denn lang hier müssen wir nicht lang nein nein wir müssen hier fliegen fliegen let's fly let's fly wo ist dann der red später da hinten in diesem tempel oder was wo der genau ist weiß ich nicht wo müssen wir jetzt hin fliegen nach ganz hinten auf die erste wir können uns jetzt so durch durch kämpfen plattform zu plattform ist ja noch mal richtig noch mal richtig zeit zeit schinden bevor man loslegen kann ich glaube ich habe gar keine mods mehr drinne glaube ich ich glaube ich bin komplett equipt mittlerweile sind die mods jetzt überhaupt noch wichtig ja irgendwann dann wieder du kannst dann irgendwann wieder mit mods weiter aufrüsten aber jetzt momentan sind die erstmal nicht wichtig warte mal ich habe ich habe nichts mehr an was was schlechte mods hat also kannst jetzt du kannst jetzt halt zwei wege gehen und kannst jetzt immer weiter ein neues equipt nehmen was du kriegst und du kannst halt eben mods aufrüsten da die aber ja irgendwann dieses diese optischen sets eingefügt haben so dass du auch mit zeug was du an hast wo bist du denn lang gegangen ja nach unten oder nach links ähm brauchst du das eigentlich nicht mehr also früher hast du die mods gerne natürlich aufgewertet weil du das set anbehalten wolltest was du dir natürlich irgendwann mal geholt hast brauchst du jetzt aber theoretisch nicht mehr du kannst jetzt theoretisch auch einfach den loot nehmen und das ging es als optisches set tragen ja warte ich glaube das war hier komm her nee oder war das hier irre ich mich gerade an ah was soll ich denn hier was soll ich denn hier sehen irgendwas besonderes ach du sollst noch scannen nungen Wie scanne ich denn? Ja, mit dem Item, was du hast. Ja und? Da passiert ja nichts. Da guckt der durch so'n scheiß Fernrohr und das war's. Jaja. Sieht auch total sexy aus, wie du mit deinem Fernrohr da stehst. Ja, ich suche halt den Blauspatzen. Ich hab gehört, das soll ganz selten sein. Irgendwo da oben. Ein ganz seltener. Blauspatzen. Man kennt ihn. Jeder kennt ihn. Also ich hab die Quest jetzt nicht hinbekommen, ich weiß nicht, wo ich gucken muss. Ich auch nicht. Super. Mach mal ne andere. Nein, wir müssen die ja machen. Ja, Lot Cantala müssen wir doch umbringen. Ja, dann töte ihn doch. Ja, mach ich. Oh Gott. Schick dir schon, Junge. Easy. So, jetzt müssen wir aber nach diesem komischen Signalscannen, Junge. Beruhiglich mal. Ich scanne mal von hier oben, dass ich hier werde. Du 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 alle hinterm Bildschirm wahrscheinlich so, oh Schreder, das sieht man doch, das ist so eindeutig, wenn ich stehe hier und gucke immer wieder mit meinem kleinen Fernrohr. In other words. Please be true Was ist das denn? Metallischer Schrott Wie war das denn nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern Hä? Ach Ashara, hast du wieder gepullt? Ohne Leinwand werden die Operationen der Rewaniter sicher scannen nach dem Übertragungssignal der Rewaniterkommandanten in den Rewaniterzelten auf dem Trainingsgelände der Imperialen Garde In den Rewaniterzelten? Ja, wir sollten vielleicht zwischendurch auch mal einen Questtext lesen Nischt Nischt Zählt das ja schon als Zelt? Ich weiß nicht, ich wollte es gerade austesten Ey, da fängt der an zu kämpfen Kannst du nicht machen Ne, weil wir im Kampf sind mit irgendwem irgendwas Ach Ashara, Ashara Alter, kannst du die mal erziehen? Nachher erst mal ein dicker, dicker, dicker Hinterklopseln Was ist denn los mit dir? Ach, Xalek Was ist denn unser Papier-Heltern? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Die sind auch geürikt, die wollen auch Rehwanzee Richtig auf Beef aus den 2 Aber guck mal, wir müssen da Da müssen wir eh hin Oh, guck mal Hä, was haben wir denn jetzt gemacht? Keine Ahnung Achso, du hast die Questdampf, ah ok Du hast das da gemacht, ja Das wollte ich nämlich auch Zählt das als Zelt? Ist das ein Zelt? Oder muss Warte mal Ist das dann ein Zelt? So, ich scanne das jetzt hier Und? Geht? Super Lübt In other words Wir brauchen ein anderes Zelt Da, wo die eh die meisten drin sind Geht nicht das Ich versuch's gerade Nope Ja, was ist denn das? Weiß, wo Da ist ein Zelt Da ist ein Rehwaniter-Zelt Ein Rehwaniter-Zelt Ja, Mann Gleich mal kontrollieren hier Mit dem Fernrohr Nö, ich kann doch nix scannen Nö Sag mal, wollt ihr uns verarschen oder was? Vielleicht muss man sich ja reinstellen Vielleicht muss man aus dem Zelt raus Irgendwas scannen Weil von was man da sieht Was wir nur sehen Oh, ich hab da was lilanes, Alter Ich hab da auch was lilanes, Junge Ich hab da auch was lilanes, Junge Hm, geht auch nix Lotra möchte mit dir handeln Ja, Junge Wicht es gar nicht Easy, oder? Bin ich nicht nett? Dass ich dir das einfach so schenke? Möchtest du, dass du wirklich das Verdammt nicht gefunden hast? Jojojojo. Zum Erja. Ich... Äh... Da ist wieder ein Zelt. Ich hab noch ein Zelt gefunden. Da vorne das? Ja. Vielleicht ist es ja das. Man kann ja hier nichts mehr vertrauen. Hallo? Junge! Okay. Was will diese Quest denn von uns? Ich verstehe es halt nicht. Ja, also... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist doch dumm. Das Gebiet ist nicht so groß. Hier, hier die Meister. Kann ich bei dir irgendwas machen? Ich wette, wir kriegen so ein Frame in den Kommentaren. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ich bin mir so sicher, dass das irgendwas ganz offensichtlich ist und wir sehen es einfach mal nicht. Beh будто... Behiece, ich hab mir das Kontakt in den Marken gesetzt. Ah, besiege die Schleicher. Wollen die nicht hier? Werde die nicht hier? Da oben ist noch so ein, da oben ist noch so ein Boss, den man zu tüten müssen. Ohne dann, dann komme ich ganz schnell vorbei. Hallo Major, Moronian. War Blödsinn, ist gar nicht. Komm mit, Latro, ich zeig dir, wo wir hin müssen. Du weißt das? Ja. Du lügst. Nein, guck mal, da unten. Da. Ist eine Revanita-Commanderin, ne? Das zählt hier, das ist es. Ich sag's dir. Du lügst. Das ist doch gar nicht mehr in dem Bereich, du Vogel. Aber da gibt's einen Bereich? Ja, Mann. Das muss es sein. Vielleicht das da? Kann ich irgendwie zoomen, ey. Was ist das denn für eine dumme Quest, Alter? Hä? Ich glaube, wir müssen irgendeinen Kommandanten finden. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Schleicher umbringen. Ich glaube, wir müssen keine Schleicher umbringen. Das ist nämlich auch noch wichtig. Da. Da ist ein Zelt. Aber das ist ja angeblich alles nicht mehr im Gebiet. Ja, du kannst ja gucken, wo das Gebiet ist, du Nase. Ich mach jetzt mal hier ein paar Schleicher. Warum? Weil die auch noch kommen zur Quest gehören. Technik. Sieben, zehn Schleicher. Du denkst, ich mache das Zweifelig. Ja, schon. Ich habe auch das Besiege-10-Schleicher-Gebiet genommen. Wir sind doch vollkommen falsch hier, Junge. Ja, das sind alles die Quest, die noch für Besiege-10-Schleicher. Das ist ja ein Ding. Der, der, der Flame, also flamen, bitte. Okay, ihr müsst flamen. Das geht ja gar nicht anders. Ich kann es voll nachvollziehen. Naja. Ich wollte eigentlich nur die Folge in die Länge ziehen, deswegen habe ich mich so dumm gestellt. Ich merke es schon. Super funktioniert. So, drei noch. Da vorne. Was gibt es da? Genau. Piep, 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 piep. Warum hüpfst du denn hier durch die Gegend, Junge? Warum nicht? So. Jetzt können wir nämlich gucken, wie es weitergeht. Besiege da Generous Draiden. Der ist hier. Da können wir jetzt hinfahren. Wo ist der? Hier? Dann am Turm. Und Revanita Druiden. Aber ich glaube, das ist nur so eine Bonus-Quest, ne? Ja, genau. Die brauchen wir nicht. Wo ist der Junge? Irgendwo auf der anderen Seite. Da dachte ich mir. Oh, die Folge ist vorbei. Ja komm, den machen wir jetzt noch. Wo der ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Nein, den machen wir jetzt noch. Komplett am Ausrasten. Richtig angepisst. Das steht sein ganzes Leben gerade in Frage. Ja, weil du nur noch 20 Minuten Folgen machst, Alter. Das stimmt nicht. Die letzte Folge war keine 20 Minuten Folge. Die Folge vom Dienstag war keine 20 Minuten Folge. Und das heute auch. Waren die 23 Minuten oder was? Ja. Ja. Naja, wir brauchen nicht immer 30 Minuten Folgen machen. Sagt wer? Ich. Ja, aber das müssen wir doch zusammen entscheiden. Du kannst doch nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt nur noch 20 Minuten Folgen. Wir haben ja nur eine Folgen länger festgelegt. Zwischen 20 und 30 Minuten. Ja, das ist mal voll drin. Ich habe noch... Am minimalsten Rand. Ich habe noch einen Puffer. Von Atlas. Was für einen Atlas-Puffer? Das Haus. Hey, ich habe viel mehr gespielt als du. In Ark. Du hast gar keinen Puffer. Was sagst du? So, jetzt haben wir das Gebiet hier fertig. Nein, guck mal da unten. Da ist es. Scanne die Übertragung. Das... Das... Das machen wir jetzt. Da ist mir vollkommen egal, was du sagst. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt diese Übertragung scannen. Mach mal. Damit die Leute nicht irgendwie sich jetzt drei Tage lang darüber aufregen, wie dumm wir sind. Ich meine, dass das Ganze noch ein gutes Ende hat. Das nehmen wir jetzt mal als Ausgleich dafür, dass wir uns irgendwie so dumm angestellt haben. Geht's halt jetzt das noch mit rein. Den Scannen. So, da. Krackjab besiegen, ja? Der steht ja voll drin. Nein. Ich Junge. Warum? Was will der? Warte, ich glaube... Ich glaube, wir müssen Krackjab besiegen und ein Stück weiter zurück. So, Krackjab, beruhig dich mal. Kämpf mal nicht gegen uns. Ich muss hier was scannen, mein Freund. Da! Ich hab ihn! Ich glaub's ja nicht. Ich hab ihn! Oh mein Gott. Äh... Hab ich doch... Achso, weil du angefangen hast zu kämpfen und hat der abgebrochen, oder was? Ach, Saft. Alter. So, fertig, oder was? Äh... Locke den Schleicher ältesten hervor... Ne, okay, dann sollten wir es jetzt haben. Prima. Okay. Oh, Asshara will mit mir reden, wenn ich mal Zeit hab. Tschüss. 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 grilled neck. Aproposka.